Hier sind zwei geile Karten für Berlin drin. Und wenn wir dir die schenken würden? Fähnchen raus, gib mir mal die Fahne. Peter, du bist so langsam. Du musst mal rein an den. Ihr habt einen Eintracht-Aufkleber. Gucken, kontrollieren. Fahr hier nebenan! Wenn du keine Karten für Berlin hast, dann habe ich auf jeden Fall zwei Superkarten für dich, fürs Endspiel. Finden wir auch. Finde ich total super. Einfach gegen Bayern. So, seid ihr alle bereit? Ich habe gehört, wir fahren nach Berlin. Ist das richtig? Ich hätte nichts dagegen, wenn ich noch eine Karte hätte, oder? Eins, zwei, drei. Keiner ist dabei. Servus! Kusser bitte! Jawoll! Lassen wir die Klebe sehen, jawoll! Schau mal, hast du die Aufklebe? Super schön! Gratulation! Eintracht vom Main, du darfst doch wieder siegen. Ah, der hat rot, ey! Der hat rot! Lukas, noch mal gratuliert, Lukas. Ein Bild hier. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja! Guck mal, guck mal! Hahaha!